Hey Leute, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich Eintag Ash. Das war beim letzten Mal echt oft geschrieben, nachdem mein Eintag Papa war. Ich soll mal Eintag Ash machen. Ash ist auch schon hier. Hallo, Ash. Na, was geht? Was würdest du jetzt an der Stelle machen? Wir haben gerade ein Paket bekommen. Das ist mir die erste Idee eingefallen. Okay, genervt weggehen, das kann ich auch, glaube ich. Mama, ich muss jetzt auch genervt sein. Was soll das? Hier ist ein Paket, hier ist ein Paket, Wasser drin, Wasser drin, Wasser drin. Wasser drin. Weiß ich nicht. Bitte, 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 was ist da drin, Wasser drin? Kannst du auspacken? Bitte. Mach mal schnell. Da. Kannst du mir die bringen? Ja. Oh, jetzt muss ich die auch noch holen. Du machst das ja perfekt. Das wäre gut. Was noch drin? Ash 2.0. Ich weiß, was da drin ist, jetzt sofort. Was ist da drin? Ah, ich kann gar nicht abwarten. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Aber mach doch was. Es geht nicht. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich hab keine Ruhe. Longboard? Oh mein Gott. Boah, hier ist echt Longboard drin. Ich kann's gar nicht glauben. Darf ich das haben? Das ist meins? Ja. Ganz behalten. Ganz behalten. Oh mein Gott. Das hat das fette Rollen, ey. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ich darf mir aber jetzt nicht wieder hinpacken. Dann hab ich hier wieder nachher eine Stelle auf dem Knie. Ja, musst du auch passen. Oder Pflaster drauf. Oh mein Gott, ist das geil. Ist das meins? Meins, 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 meins. Mama, 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 Mama. Ja, was jetzt? Ich will Eis. Darf ihr Eis? Bitte, ich will Eis. Äh, Esch fragt gar nicht. Kannst du ran gehen? Ich hol mir jetzt ein Eis. Mhhh. Hier ist kein Wasser Eis. Ja, aber dafür haben wir noch anderes Eis. Die müssen wir noch mal kaufen. Eis, Eis, Eis. Oh, der muss ja klein sein. Eis. Oh, jetzt musst du in die Schüssel nehmen. Eis aufschaufeln. Warum sagt Esch mehr sein gar nicht? Esch! Äh, und dann musst du dir eine halbe Packung von den Streuseln draufpacken. Äh. Jetzt Streusel einfüllen. Ich hoffe, Mama und Papa sehen das nicht. Ganz schnell, ganz schnell, ganz viel. Ich hoffe, Mama ist da, Mama ist da, Mama ist da. Nein, nein. Ich hoffe, sie sieht mich nicht. Ich hoffe, sie sieht mich nicht. Alles gesehen, mach es sofort zurück. Nein, mach ich nicht. Ich esse das. Das ist ungesund. Ich esse das. Ungesund. Ich esse das. Gebt sofort das Eis. Und wer ist das? Natürlich muss ich jetzt auch in mein Zimmer gehen. Huh, wer bist du denn? Was ist das? Wer bist du denn? Ich bin du. Du willst auch was? Aber heute bin ich du. Also, esse ich das Eis. Aber im Viertel dafür. Hast du noch was gesagt, Mama? Kannst räumen das weg. Du räumst das weg. Du räumst das weg. Du musst noch das gucken, was ich immer gucke. Ich muss auch noch Handy gucken. Du räumst das weg. Das mache ich nie im Leben. Hol mich doch. Hier mir auch Eis. Mach ich das? Ich spiele ihn ja mal mega gut nach. Er will auch Eis. Ja, Minecraft gucken. Juhu, Minecraft. Geil. Ich hab doch mein Jetpack. Aber das kriegst du nicht. Warum krieg ich das nicht? Weil du sonst fliegen kannst. Hallo, was machst du? Nicht dein Ernst. Vielleicht essen. Fehlt das hier nicht wie ein Löffel? Du hast mich weggestreucht. Willst du mein Löffel? Hol mein Löffel. Ich hole das gar nicht. Doch. Bitte. Meine Mama. Wie kann ich das nicht? Meine Mama hat gesagt. Meine Mama hat gesagt. Ich bin Ash. Mein Platz. Nein. Doch. Doch. Geh aus meinem Zimmer. Aus meinem Zimmer. Aus meinem Zimmer. Mein Zimmer. Das ist heute mein Zimmer. Muss ich in dein Zimmer gehen? Geh doch hin wo du willst. Hauptsache du bist. Du störst mich nicht beim Eis essen. Und beim Videos gucken. Mein Platz. Ich bin Ash. Ash wir wollen zum Strand. Mach dich bitte fertig. Ash. Mach dich bitte fertig. Ash. Mensch. Ich hab dir das jetzt fünfmal gesagt. Mach dich jetzt endlich fertig. Es bleibt zu Hause. Du sollst dich fertig machen. Wie oft soll ich es noch sagen? Ich komm gleich. Ich mach mich gleich fertig. Nein. Mach mal an. Zieh dich jetzt an. Sie wollen sich nicht dran. Und hör auf dich Richtigkeiten von zu stopfen. Meint. Und du musst das Handy sofort hin. Nööö. Das gehört mir. Ich hab ihn von Ash geklaut. Von Max. Du musst es aber klarstellen. Klarstellen, dass er nicht wirklich so liegen will. Also, ist an? Ja, ist an. Also, ist es natürlich nicht echt so. So ist es jetzt echt. So ist echt, aber... Lustig. Es ist natürlich alles ein bisschen vertrieben, aber es ist lustig. Talalalala. Mama, können wir jetzt langsam mal los? Der Freund von mir wartet am Strand. Los! Du willst schon die ganze Zeit, dass wir losfahren. Ich warte doch auf dich. Hul deine Klamotten. Hab ich. Ich bleib so. Ich bleib so, wie ich bin. Ja, dann bleib so, wie du bist. Muss ich nur Zähne putzen. Also, ich muss ja richtig Ash sein. Ich muss noch mal was anderes anziehen. Das T-Shirt ist doch schön, das ziehe ich heute an. Okay, ich bin ja schon ausgewachsen. Oh Mann, hab ich einen Dickstuhl. Huja. Perfekt. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ich glaube, ich ziehe das andere T-Shirt an, oder? Kannst du so. Ich glaube, Ash-Sachen, komme ich überhaupt noch wieder raus? Das weiß ich nicht. Es muss aber Ash sein und äh... Mann, ich hasse das T-Shirt. Das ist doof. Ich versuche nicht hier rein zu ziehen. Das passt nicht. Und oben zu ziehen. Kragen. Ich kann da nicht mehr dran ziehen. So eng ist das. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Gar nicht. Bleib so. Ich fühl mich da irgendwie ein bisschen eingeengt. Also, ich guck, warte, ich probier mal rauszukommen. Ich weiß es auch helfen, wenn ich nicht die Kamera mal halte. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich rausgekommen bin. Hoffentlich, wenn ich dann... Ich hab's geschafft. Mama, 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 Papa, wann sind wir da? Wann sind wir da? Ich hab Hunger, aber ich muss auf den Klo. Ich hab Durst. Wann sind wir da? Ich will aber erst da. Wann sind wir da? Nein. Sind wir jetzt da? Nein. Jetzt? Nein. Wann denn? Wann fahren wir zurück? Ich will hier weg. Es ist so windig. Ich glaub, wir haben heute echt den windigsten Tag, um mal an den Strand zu gehen, ausgesucht. Das ist absolut windig. Ich hab keinen Fall, ob ihr mich überhaupt hier hört. Hier wurde schon alles reingepackt, weil sonst wegfliegt. Aber ich will jetzt nach Hause. Mama, wann fahren wir? Nach Hause. Ich will mich aber nicht hin. Ich will nach Hause. Okay, wow. Ash, schmeißt hier Steine gegen so eine Stange. Okay, das muss ich ja wohl auch machen. Und... Papa, 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 Papa. Ich will auch Eis. Du sollst ins Bett gehen. Ich will Eis. Ab ins Bett. Eis. Ich will Eis. Ich will Eis. Ich will Eis. Das ist jetzt schon 8, halb 9 schon. Ab ins Bett. Ich will Eis haben. Nicht ins Bett gehen. Sonst kommt der gleich noch wieder mit Internet. Darf ins Handy Dach. Von Mac am PC. Minecraft spielen. Der beste Minecraft. Lecker Eis. Meine Eltern denken, ich schlafe. In Wirklichkeit spiele ich aber noch Handy. Hehehe. Und das war es jetzt auch von einem Tag lang. Es sei natürlich, das Ganze ist überspielt und überspitzt. Das ist dann nicht in echt so. Ein bisschen ist es natürlich auch echt. Sonst wäre das ganze Video natürlich nicht entstanden. Also, nehmt es nicht zu ernst. Das ist natürlich alles nur ein Spaß und übertrieben. Das solltet ihr nicht vergessen. Und wie ich sagen, war es jetzt hier auch an der Stelle von dem Video. Hier in der Mitte könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier links und rechts. Es gibt zwei weitere Videos. Schaut die gerne an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es heißt Hey, hier ist Max. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Max. Und tschüss.